Und dann ist es informed, dann wieder Sting, dann informed, dann ist es Müsli und dann nochmal was ganz anderes. Ich muss es erklären, weil ansonsten macht man während den nächsten acht Minuten einfach nur... Christian, was hast du gesagt? Gib es uns! Gut. Gib es uns in Markdorf-Dialekt heißt, halt die Schnauze und sing doch aus. Danke Christian. Ich finde es, es ist ja nett. Ist nicht überall so. Aber ich muss lange reden, weil ich bin immer scheißaufgeregt, weil Sting singen sollte man lassen. Wir machen es trotzdem. Viel Spaß. Wir nennen den Song liebevoll Sting Formt. Ich bin immer schon. Ich bin immer noch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020